gegangen kann zaubern ja okay also wir haben drei schlüssel für die schließfächer ich wollte gerade sagen also ich habe auch ein schlüssel hier aufzumachen so hier ist der thermalbohrer der kann auch ein bisschen liegen bleiben erstmal müssen wir gucken wo kameras sind hier an der tür ist eine auch nee der ist so dämlich das ist zum kotzen alter ja ich mache es auf hier hätten wir reingemusst ja klar in den kamera raum hast du den bohrer hab den ja guckt mal hier müssen irgendwo bretter rumliegen ja die sind draußen und auf dem dach und überall die ganzen bretter muss den bohrer auch auf kannst du nicht mehr auflaufen sicher ja du eventuell ich kann nichts mehr machen ja ich mach mal wenn ich noch die schießen gar nicht auf mich zu früh gefreut ich kann guck mal wo bretter sind wir brauchen bretter warst du schon auf dem dach ja auf dem dach war ich komme gerade her bin ran auf dem parkplatz war nichts kann doch nicht sein dass hier nur zwei brett ein brett lag da Was ist das? Das ist auch das Ausflug ist halt immer auf schwer. Also hier ist keins mehr. Warte nach. Warte ich schon dran? Ja. Oh. Da kommt ein Taser. Da kam ein Taser. Ja. Hat jemand auch eine Munitionstasche rein zu flaschen mit ihm genommen? Brauchst du? Ja dann leg die mal hier in den Raum rein. Ich habe eine Munitionstasche. Achso. Super. Ich habe eine. Aber damit wollte ich eigentlich machen, bis wir in dem Raum sind. Ja ok. Bin dran. Boah. Ich will. Nein. Die Kicke. Mich ist hinter dir. Ohi 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 ohi. Ich häng fest. Da ist der immer noch nicht froh. Oh hier liegt auch noch ein bisschen Geld. 60 Sekunden. Wow. Oh ich sehe nichts mehr. Ich sehe genau dafür. Wie lange noch? 30 Sekunden. Ja. Nein. Nichts schon. Ich lade zu viel, zu viel nahen. Wir müssen auch nochmal durch. Ich hab leider keinen, aber... Warte, ich kann das aufknacken. Hab ich schon. Nee. Oder kann ich nur den Bohr jetzt verbessern? Du musst deinen Schlüssel ausprobieren. Tobi, komm mal deinen Schlüssel ausprobieren. Ja, geht mal weg da. Michels. Geht nicht? Warte, ich probier mal. Bei mir bricht er ab, ey. So. So, Tür ist auf. Okay, ich mach die Schließmischer auf hier. Ja, lass direkt mal das Geld erstmal wegbringen, dass das erledigt ist. Willst du das direkt wegbringen? Ja. Na gut. Das Sniper-Team gibt's wohl hier, ne? Aufpassen. Das ist eine Schließung. Ja. Oh, da oben ist er. Wartet. So, der ist weg. Okay. Pass auf. Verdammt. 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 Ja. Wir haben es jetzt nicht geschafft, weil wir zu schwach gepanzert waren. Ja, hört mal Leute. Ich komm da in den einen Raum wieder rein, wo die Taschen lagen, stehen da auf einmal. 40 Mann vor mir. Wir müssen die Taschen uns zuwerfen. Ja, was? Wie willst du das machen bei dem Beschuss? Ja, jetzt nochmal Stil, das wäre so. Die kriegen wir aber eh nicht hin. Ich wünsche dir Glück, aber du brauchst es nicht, oder? Weißt du was? Der Typ wird das sowieso wieder verkacken. Ja. Ich glaub C4 noch mitgebracht. Stil-Ausrufezeichen. Ich nehm mal ein Medic-Pack. Munitionstaschen mitnehmen. Oh, Bayern führt schon 2-0. Wir brauchen, was ist mit den anderen? Tobi, hast du keine Munition? Hab ich auch. Mich jetzt, du hast keine Munition. Ne, ich hab C4 für die Türe. Dann müssen wir nicht alle die Schlüssel ausprobieren. Also sofort rein. Ja. Mach dir erstmal die Tasche holen. Ja, ja. Wer holt die Tasche? Ich hol die Tasche. Ohhhh. 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 Der ist so geil, der Typ, ey. Jetzt hab ich wegen dem... Ohhhh. Jetzt hab ich den scheiß Zivilisten umgebracht. Leck mich schon mal. Ohhhh. Aber manche sind echt zu blöd für irgendwas. Was? Ich hätte den besser rausgeschmissen sein. Mal sehen. Musst du da hin? Ah. Ich bin schon dran. Ja, ich wollte den direkt. Dann hätte ich den jetzt nicht verbessern müssen noch. Holt die Bretter von oben. Dann machst du ja auf die Fenster drauf. Ja, ich bin unterwegs. Ach, ist das ein Tresor? Ich hab doch C4. Kann ich das nicht da anlegen? Nee, warte, jetzt ist vorbei. Doch, kann ich jetzt nicht. Ich kann doch C4 hier anlegen an dem Tresor. Guck mal hier auf. Soll, hier ist keine Kohle drin oder was? Juhu, ein Diamant von 975. Doll an. Genau hoch. Dann kommen Sie jetzt. Na mit mir. Move. everyone. Stay low. Komm. Okay. Stay still. Weisen. Bleiben wir. Komm along. Komm. Komm. Was hältst du doch? Oh, ok. Wo kommt der denn her? Ja, hier. Danke. Was macht ihr mit der Reise? Ja, ich bringe dich alle hier rein. Bleib wo du bist! Komm mit mir! Dominik, du hast C4 ne? Ja. Wie viel? Noch 5 Ladungen. Mach mal 2 hier draußen an die Automaten. Hier stehen 2 Bankautomaten. Ne, kann ich nicht. Brauchst du Störsender für. Ich hab einen Störsender. Ja. Den musst du dann ran tun. Ja. 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 Ja.